Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch ein neues Paracord-Armband vorstellen. Und zwar genau dieses hier. Das ist ganz einfach gearbeitet mit drei unterschiedlichen Farben. Einmal das Grün, dann das Pink und dieses pinke Muster. Ihr braucht ungefähr einen Meter von jeder Farbe. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Ihr braucht für das Armband ungefähr jeweils einen Meter von drei Farben Paracord. Das hat bei mir eine Stärke von drei bis vier Millimetern. Ich habe das Grün hier, dann dieses pinke Muster und das Pink. Dann braucht ihr eure Schere, einen Verschluss. Die sind bei den Paracords meistens dabei oder ihr könnt sie dort kaufen, wo es auch die Bänder gibt. Ein Feuerzeug, um das Ganze nachher zu versiegeln. Und ich habe die Bänder schon mal in der Mitte gefaltet hier. Also ich habe hier insgesamt sechs Stränge, die nach unten laufen, die hier oben zusammenhängen. Ich nehme jetzt das Grün und gebe es einmal durch eine Seite des Verschlusses. Ich ziehe die beiden Enden gerade. Und dann nehme ich die anderen beiden und lege es in die Mitte. Jede Seite des Bandes auf eine Seite des Grünen. Und ich lege die Grünen einmal übereinander und ziehe das Ganze fest. Also ihr seht, hier in der Mitte liegen die Pinken und das Gemusterte. Und das Grüne liegt hier. Ich ziehe das Ganze fest. Und jetzt nehme ich die rechte Seite und gehe unter dem Grünen her. Und die linke Seite und gehe drüber her. Jetzt habe ich beide Pinken und Gemusterten in der Mitte liegen. Ich gehe mit dem Rechten über das Linke. Dann gehe ich mit dem Grünen rechten unter dem Bunten her. Und mit dem Grünen linken über den beiden anderen her. Jetzt habe ich die Grünen in der Mitte liegen. Und ich lasse das Rechte über das Linke gehen. Ziehe das Ganze gut zu. Dann nehme ich wieder das Pinke und das Bunte. Gehe unter dem Grünen her. Und mit dem Pinken und dem Bunten über dem Grünen her. Und hier auch wieder mit dem, was von links kommt, unter dem, was von rechts kommt her. Schön festziehen, schön zuhalten. Und hier drunter her von rechts, drüber her von links in der Mitte schneiden. Und so arbeite ich das Ganze weiter. Immer von den Seiten drunter her und von links drüber her. In der Mitte schneidet sich das Ganze dann. grün, rechts drunter her, links drüber her und in der Mitte wechseln. Von rechts drunter her, unter dem Grünen, von links drüber her und in der Mitte wechseln. Das Rechte geht drüber. Das Rechte geht drüber, das Linke unter dem anderen her. Und hier drüber her. Das Grüne drunter her. Das Grüne drunter her. Das Grüne drunter her. Auf der anderen Seite drüber her und kreuzen. Ihr seht schon jetzt perfekt das Muster. Das Band ist auch schon fertig. Das reicht schon fast von der Länge. Wie gesagt, eine super schnelle Sache. Hier drunter her. Hier drunter her. Hier drüber her und kreuzen. Drunter her, drüber her und kreuzen. Ich probiere es einmal. Das reicht von der Länge her. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe fünf ganze Durchgänge und hier unten bin ich beim sechsten. Das Ganze geht hier einmal drunter her und dann drüber. Und so sieht das Ganze dann aus. So, das ist Nummer sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt mache ich den Abschluss und dafür lege ich das Band, was eigentlich hier drüber geht, drunter her. Nehme beide Grünen und verknote sie einmal. Einfach drunter her und festzuziehen. Die pinken und bunten auch gut festziehen und hier richtig gut zuziehen. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Und ich kann hier die pinken abschneiden und die bunten und werde das Ganze dann versiegeln mit dem Feuerzeug. Hier auch wieder, wenn ihr euch da unsicher seid, fragt den Erwachsenen, fragt eure Eltern, dass die euch helfen mit dem Feuerzeug. Ihr seht, das brennt nicht, das schmilzt wirklich nur und schmilzt dadurch zusammen. So sieht's von vorne aus. Das ist die Tragrichtung. Dann kommt die zweite Hälfte des Verschlusses. Einmal von oben durch, von der oberen Seite, dran ziehen. Hier geht ein Band oben raus, ein Band unten raus und ich habe jetzt das, was oben rausgeht, genommen und hier von oben durchgezogen. Ich schneide jetzt beide Bänder ab und werde die wieder zusammen versiegeln. Das ist die Tragrichtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020